So schön, dass du da bist beim heutigen Keep Yourself Wild Club, der etwas anderen Art, heute mal eine Stunde später als sonst, weil unser Flug heute tatsächlich etwas Verspätung hatte und dann alles super chaotisch gelaufen ist. Das war ich noch schnell unter der Dusche, bevor ich ins Live gehüpft kam und freue mich mega, über das heutige Thema mit euch zu sprechen, weil es heute um das Thema Manifestieren gehen wird. Und bevor wir in das Thema eintauschen, werde ich zum einen einmal hier pinnen, das heißt, dass du sehen kannst, was ist das Thema, auch wenn du später reinhüpfst oder auch wieder raushüpfst. Und zum anderen würde ich nochmal einmal sagen, was der Keep Yourself Wild Club überhaupt ist für alle, die gar nicht wissen, was das ist. Der Keep Yourself Wild Club ist im Prinzip mein wöchentliches Live, wo ich immer dienstagsabends live komme und mit euch über ein Thema eurer Wahl spreche und mit euch teile meistens, was ich von den Affen, was ich von der Natur, was ich von der Wildnis vor allen Dingen gelernt habe, um mich selbst auszubildern, damit auch viel, viel mehr Menschen wirklich in ihrer inneren und äußeren Freiheit leben können. Weil ich einfach wirklich daran glaube, dass jeder Mensch sich das Leben erschaffen kann, was er will, egal wie unmöglich es scheint, denn mir haben eine Million Menschen gesagt, das, was ich machen möchte, ist unmöglich. Und jetzt sitze ich hier in Zimbabwe, arbeite als Tierschützerin für Affen, bin Autorin und bin einfach der Meinung, dass die Gesellschaft ganz, ganz viel sagt und uns ganz, ganz viele Begrenzungen auferlegt. Vielleicht, um uns irgendwie das Gefühl zu geben, sicherer zu sein, vielleicht auch irgendwie, um uns vor Schmerz zu bewahren, aber weglaufen ist einfach auch nicht der Weg, um seine Träume zu leben. Genau. Und das ist immer so das, worauf es den Keep Yourself Wild Club gibt. Das Thema heute ist Manifestieren und bevor ich mit meinen Notizen und meinem Input starte, pinne ich das Thema wie immer einmal hier oben an, posten. Und du kannst mir schon mal super gerne in die Kommentare schreiben, ob das dein erster Keep Yourself Wild Club ist, ob du schon öfters dabei warst, ob du dich auf das Thema freust. Und ja, einfach alles, was so dir auf dem Herzen liegt. Nope. Michi, sehr schön. Wie geht es dir? Mir geht es sehr, sehr gut. Ich bin heute auf jeden Fall, wenn ich einen Zungendreher habe, dann liegt das daran, dass ich heute sechs Stunden Autofahrt, einen Flug mit Verspätung und Co. hinter mir habe. Aber ich freue mich irgendwie auch immer total, weil der Keep Yourself Wild Club was ist, wo ich meistens mit mehr Energie rausgehe, als dass ich reinkomme, weil ich halt einfach hier immer merke, wie sich Menschen auf Herzensebene verbinden. Erster und bin gespannt. Mega cool. Dann so schön, dass du dabei bist. Dann würde ich dich auch nicht länger auf die Folter spannen, sondern direkt ins Thema starten. Das Thema des heutigen Keep Yourself Wild Clubs ist Manifestieren. Und für alle, die schon öfter dabei waren, wissen, dass ich immer mit einer Definition anfange, einfach damit ihr wisst, worüber wir überhaupt sprechen. Denn es gibt im Alltagsgebrauch, in der Alltagssprache so viele Begriffe, die wir andauernd verwenden, von denen wir überhaupt nicht wissen, was sie bedeuten und was sie eben nicht bedeuten. Und Manifestieren, also etwas manifest werden lassen, bedeutet nichts anderes, als etwas von einer feinstofflichen in eine grobstoffliche Ebene zu verwandeln. Kann man mal so sagen. Feinstofflich ist dabei wirklich alles, was nicht fest und greifbar ist. Und grobstofflich sind wirklich Dinge, die du anfassen kannst. Das heißt, das Bett, die Couch, auf dem du vielleicht sitzt, das Sofa, auf dem du sitzt. Und das ist auch der perfekte Einstieg in das Thema Manifestieren. Denn im Prinzip ist alles, was dich gerade umgibt, Manifestation. Wenn wir uns 500.000 Millionen Jahre zurückdenken, haben wir Menschen in Höhlen gelebt. Wir Menschen kannten nicht das Feuer, wir Menschen wussten nicht, was A, B, C oder D ist. Und alles, was wir heute sehen, alles, was uns heute umgibt, seines Couch, Sofa, Fenster, all das sind wahrgewordene Träume. Also durch Manifestationskraft entstanden, im Herzen, in den Gedanken, in der Vorstellung eines Menschen, der wirklich so lange daran geglaubt hat, so lange daran gearbeitet hat, bis das Ganze in Wirklichkeit wurde. Das heißt, es gibt eine Million Gründe um uns herum, die uns sagen und zeigen, dass Träume wahr werden können. Und dann was manifestieren, etwas ist, was wirklich existiert. Wichtig ist einfach nur für sich zu lernen und für sich zu verstehen, wie manifestiere ich denn überhaupt. Und deswegen würde ich den Keep Yourself Wild Club in ein paar Etappen einteilen. Das erste ist so die Etappe mit, warum manifestieren wirklich funktioniert. Das heißt, was sind die eine Million Beweise, die uns umgeben. Die zweite Etappe ist dann, dass ich mit dir teilen möchte, wie ich manifestiere. Und die dritte Etappe oder der dritte Schritt sind dann wirklich Tools, die ich dir mit an die Hand geben möchte, damit auch du irgendwie lernst, mehr und mehr wirklich das zu realisieren, was du eigentlich möchtest. Fangen wir mit Stufe 1 an. Viele Leute denken, wenn es um das Thema Manifestieren geht, dass es darum geht, so lange an etwas zu glauben, bis es wahr wird. Das heißt, dass man sagt, ich meditiere den lieben langen Tag dafür, ich glaube da ganz fest dran, ich wünsche mir das rund um die Uhr. Und dann gibt es die Leute, die das irgendwie im einen Extrem machen und sagen, man muss nur an alles glauben und dann wird alles wahr. Und dann gibt es die Leute im anderen Extrem, die überhaupt nicht daran glauben. Und ich bin eine Freundin davon, dass Manifestieren etwas ist, was in der Mitte liegt. Das heißt, die goldene Mitte zwischen ich glaube nur daran oder ich glaube gar nicht daran. Denn wenn wir uns die Menschen anschauen, die die Welt, so wie sie heute ist, manifestiert haben, sei es mit den Dingen, die gesellschaftlich, politisch, aber auch wirklich im Alltag um uns herum sind, also all die Gegenstände, dann sind das einfach krass viele Menschen, die eine sehr, sehr starke Emotion hatten und gleichzeitig einen ganz, ganz starken Antrieb, die Dinge zu verwirklichen. Denn wenn der liebe Einstein sich immer nur gewünscht hätte, dass er all diese Formeln rausfindet und das Ganze nur manifestiert oder meditiert hätte, ohne wirklich ins Handeln zu kommen, wäre vieles von dem, was heute ist, nicht wahr. Wenn Menschen wie Jane Goodall gesagt hätten, ja, ich manifestiere oder ich meditiere jetzt, dass ich irgendwann Tierschützerin werde, aber ich gehe nie nach Kenia, Tansania oder Uganda, um damit zu forschen, dann wäre auch all das nie wahr geworden. Deswegen ist, glaube ich, das, wo ich viele Skeptiker kenne, die auch so ein bisschen kritisch diesem Gesetz der Anziehung gegenüberstehen, finde ich es ganz, ganz wichtig vorweg zu sagen, dass Manifestieren ein für mich Weg oder ein für mich zweischneidiges Schwert ist, und zwar im ganz positiven Sinne. Das eine ist dieser unbändige Glaube, dieses ganz starke Gefühl, sich da rein zu versetzen, wer ist denn dieser Mensch, der die Dinge manifestieren kann, die ich leben möchte, und gleichzeitig aber auch die Entscheidung zu treffen, die dieser Mensch treffen würde. Das einmal vorweg, damit wir auch alle wissen, worüber wir heute reden. Und die Art und Weise, wie ich manifestiere, ist dann im Prinzip genauso. Für mich hat Manifestieren immer zwei Schritte. Und mein erster Schritt beginnt tatsächlich mit Manifestation, mit an etwas glauben, mit wirklich mich in etwas hineinversetzen, mit Meditation ganz oft, mit Visualisierung, aber auch mit kreativem Ausleben, dass ich Dinge aufschreibe, male, dazu tanze und mich einfach in das Gefühl reinfühle, was ich glaube, was hinter meinem Ziel steckt. Bedeutet, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, dass einer meiner großen Manifestationsträume ist, dass mein Buch ein Spiegel-Bestseller wird, dann ist das, was ich mir immer manifestiere, diese Situation und diese Freude, wenn das Ganze wirklich passiert. Das heißt, ich manifestiere mehr das Gefühl dahinter, als wirklich den Moment. Ich frage mich, was ist das Gefühl dahinter? Ich möchte stolz auf mich sein, ich möchte Wachstum haben, ich bin freudig, ich bin auch stolz einfach, dass so viele Menschen wirklich dieses Buch in den Händen halten und dass es so viele Menschen erreicht und bewegt. Also, dass es wirklich die Message und die Reichweite hat, die ich mir für dieses Buch wünsche. Dann ist es für mich so, dass ich in eine Meditation gehe oder in einen Tanz gehe und schon den Freudentanz tanze, wenn die Nachricht kommt, dass es ein Spiegel-Bestseller wäre. Dass ich in der Meditation schon einmal reinfühle, wie es sich anfühlt, wenn ich die Nachricht bekomme. Dass ich wirklich im Alltag auch Dinge mache, die ganz verrückt sind. Zum Beispiel, ich darf man eigentlich keinem erzählen, als mein Buch rauskam und ich das bekommen habe, ist es so, dass ich in einen Buchladen gegangen bin und mir von einem anderen Buch einen Spiegel-Bestseller-Aufkleber abgeklebt habe, den mit nach Hause geholt habe und auf das Buch draufgeklebt habe. Das heißt, das eine ist für mich ganz, ganz viel Arbeit mit dem Gefühl auf verschiedenste Art und Weisen. Denn dieses Gefühl muss ganz stark bleiben. Warum muss dieses Gefühl ganz stark bleiben? Weil dich dieses Gefühl in einen Zustand versetzt, den du heute noch nicht hast und dich Entscheidungen treffen lässt, die du heute vielleicht nicht machen würdest. Dieses Gefühl sorgt dafür, dass du vom Seinszustand, vom Entscheidungspotenzial und vom Mut her ein anderer Mensch bist. Und zwar der Mensch, der das Ganze schon beermacht hat. Und mit diesem Gefühl kommt nicht nur die Freude, nicht nur der Stolz, nicht nur die Dankbarkeit, nicht nur dieses, oh mein Gott, ich habe das wirklich geschafft. Das ist so crazy. Mit diesem Gefühl kommt tatsächlich auch einfach der Seinszustand des Menschen, der du bist. Mit diesem Gefühl kommen neue Entscheidungen, neue Perspektiven, neue Möglichkeiten und ein neuer Handlungsspielraum. Und deswegen geht es bei diesem Gefühl vor allem darum, sich zu fragen, wer ist der Mensch, der all das Leben und schon fühlen würde. Und das ist für mich Schritt 1. Und da kann ich dir die verschiedensten Tools mit an die Hand nehmen. Sei es wirklich über Meditation, sei es über Tanz, sei es über Visualisierung, sei es übers Schreiben. Sei einfach wirklich so intensiv in diesem Gefühl wie nur möglich. Und zwar auf die Art und Weise, die für dich passt. Und das Zweite, was ich dann tue, ist wirklich in die Umsetzung zu kommen. Und zwar als der Mensch, der all das schon geschafft hat. In dem Vertrauen, dass alles wahr werden kann. Und in der Gewissheit, dass ich ein Gefühl und einen Zustand manifestiere, aber nicht Schritt für Schritt den Weg. Denn ich glaube, das ist das, was ganz viele Menschen blockiert auch manchmal beim Manifestieren. Dass sie denken, alles muss 1 zu 1 so wahr werden, so eintreten, wie sie es in ihrer Meditation gesehen haben. Bedeutet, dass sie irgendwie in ihrer Meditation gesehen haben, dass es 1 zu 1 so gelaufen ist. Und das Leben spielt anders als unsere Meditation. Und das ist ganz normal. Ich meditiere mir ganz viele Sachen und die werden wahr. Aber vielleicht nicht 1 zu 1 so, wie ich sie mir meditiert oder manifestiert habe. Warum ist das nicht schlimm? Weil es ja nicht um diese 1 zu 1 Umsetzung, sondern um das Gefühl, den Zustand und dann auch eben das Manifestwerden geht. Und deswegen ist der zweite ganz, ganz wichtige Schritt, dann Entscheidungen zu treffen. Und zwar die Entscheidungen, die dein zukünftiges Ich treffen würde. Nicht die, die du heute triffst mit diesem, oh Gott, könnte das wirklich wahr werden oder nicht? Und auch nicht aus dem Zustand heraus, was denken die anderen? Und auch nicht mit dieser ganzen Angst, die wir alle im Gepäck haben, sondern aus dem Zustand heraus, seines zukünftigen Ichs, dass du all das schon erreicht hast. Und wie kommst du in dieses Vertrauen darüber, dass du immer wieder geübt hast, immer wieder die Erfahrungen gemacht hast? Und das ist das, was wir uns erschätzen. Wir müssen Erfahrungen nicht in der Realität machen. Wir können uns Erfahrungen ausdenken. Wir können Erfahrungen meditieren. Wir können ein Gefühl über Tanzen, über Schreiben, über Kreativität wieder und wieder wiederholen und so unserem Körper das Gefühl geben, so unserem Gehören die Erfahrung geben, dass all das schon passiert ist. Und das Spannende ist, die meisten Menschen machen das mit ihrer Angst. Die meisten Menschen manifestieren immer wieder Angst in sich. Das heißt, sie stellen sich immer wieder vor, was geht schief, geben sich damit immer wieder die Erfahrung. Aber jedes Mal, wenn du es negativ durchspielst, machst du die negative Erfahrung. Das ist auch das, was wir ja von Panikattacken kennen. Menschen bekommen Panikattacken in Situationen, wo vielleicht real gar keine Angst oder gar keine Gefahr entsteht. Trotzdem ist diese Attacke, dieses Gefühl, diese Panik für sie ganz normal, ganz real. Dieses Gefühl ist total existent, obwohl die Situation eine ganz andere ist. Du kannst Erfahrungen nur in deinem Kopf machen. Und deswegen ist Manifestieren für mich anzufangen, positive Erfahrungen, positive Gefühle, positive Emotionen. Dieses, ich bin ein anderer Mensch, ich bin ein mutiger Mensch, ich bin ein starker Mensch, ich bin der Mensch, der meine Träume lebt, weil dieser Mensch schon in dir ist. Diese Erfahrung wieder und wieder zu machen. Das ist das, was dir helfen wird, diese Entscheidung auch im realen Leben zu treffen. Und weißt du, wie oft ich versucht habe, etwas zu manifestieren, beziehungsweise wie oft ich meditiert habe, bevor ich mich getraut habe, diese Entscheidung wirklich zu treffen? Hundert Mal. Ich habe diese Erfahrung hundert Mal in der Meditation gemacht, bevor ich mich wirklich getraut habe, sie im wahren Leben zu machen. Ich habe hundert Mal meditiert, Nein zu sagen. Ich habe hundert Mal gefühlt, für mich meditiert, Grenzen zu setzen. Ich habe hundert Mal für mich meditiert, für meine Träume loszugehen und Lives zu machen. Und so oft eine positive Erfahrung gemacht, bis ich mich getraut habe, diese Erfahrung auch in der Realität zu machen. Und das ist das, wie für mich manifestieren funktioniert. So manifestiere ich. Ich übe in meinem Kopf, ich übe in meinen Gedanken. Und du kannst für dich entscheiden, ob du dich in Angst oder Vertrauen üben willst. Du kannst für dich entscheiden, ob du dich in etwas nicht tun oder in Mut üben willst. Du kannst für dich entscheiden, ob du deinen Kopf, dieses wertvolle, intelligente Gehirn, was du hast und dieses grenzenlose, unbindige Herz, was du hast, dafür nutzt, dich mehr und mehr zu begrenzen und dir Mauern zu manifestieren, die so hoch sind, dass du nicht mehr da drüber flicken kannst. Oder ob du sagst, ich sprenge diese Mauern und ich gehe los. Und ich manifestiere mir Erfahrungen und ich meditiere und ich mache Erfahrungen, so lange, bis ich mich traue, sich in der Realität zu manifestieren. Und dann kommt Schritt 2, mache Entscheidungen, gehe los, komme in die Umsetzung. Es ist nicht nur das Meditieren, es ist nicht nur das Daran Glauben, es ist nicht nur das Fühlen, es ist ein ganz großer Teil. Und das ist für mich der große Startpunkt. Aber es ist dann auch mutige Entscheidungen zu treffen, auch wenn irgendwo in dir noch die Stimme ist, die Angst hat. Und so manifestiere ich alles für mich. Alles, wirklich alles. Und ich hatte am Anfang auch Angst, dass das nicht funktioniert, ehrlich gesagt. Ich habe Sachen gemacht und dachte mir, ja, wenn das schief geht. Und trotzdem wurde diese Stimme in mir immer stärker, die gesagt hat, weißt du Michi, du hast diese positive Erfahrung schon gemacht. Und du weißt, dass es irgendwie möglich ist. Das heißt, es gibt einen Weg und diesen Weg kannst du finden, wenn du mutige Entscheidungen triffst, wenn du kraftvolle Entscheidungen triffst. Und wenn du dich immer wieder mit dem Gefühl der Gewissheit und dem Vertrauen verbindest, was du in dieser Meditation spürst. Denn auch das ist eine Realität. Genauso wie meine Angstwelt ist meine Herzenswelt eine Realität. Genauso wie die Unterwelt ist meine Traumwelt eine Realität. Und ich entscheide, was ich in der Wahrheit, also was ich in der Wirklichkeit manifestiere. Und das Schönste, was mich dann irgendwann immer bestärkt hat, ist auch meine Sicht auf die Welt zu verändern. Also neben diesem Schritt 1 in das Gefühl, in diesen Seinszustand zu kommen, in Schritt 2 die Entscheidung zu treffen, war für mich wirklich, mich umzusehen und zu denken, ganz ehrlich Michi, alles, was dich umgibt, sind wahrgewordene Träume. Alles, was du siehst, hat irgendein Mensch sich einfach nur mal vorgestellt. Und es ist wahr. Warum sollten deine Träume dann nicht auch wahr werden? Und das kannst du dich ja auch mal fragen. Egal, wo du jetzt bist, egal, wo du sitzt, außer du sitzt gerade irgendwo, selbst wenn du in dein Handy guckst, egal, wo du sitzt. Alles, was dich, du siehst mindestens eine Sache, die so nicht existiert hat. Und du siehst mindestens eine Sache, für die ein Mensch ausgelacht wurde. Und das ist ganz süß. Ich weiß nicht, an welchem Datum es war und ich habe auch den Namen vergessen, aber ich habe letztens eine ganz, ganz süße Geschichte gelesen. Der Erfinder des Mobiltelefons. Der hatte diesen ganz großen, verrückten Traum, das Mobiltelefon zu erfinden. Also schnurlos telefonieren. Und alle Leute haben ihn für verrückt gehalten. Alle Leute haben gesagt, das kann nicht funktionieren. Und er stand dann damals in New York, hatte dieses Mobiltelefon in der Hand und hat Menschen erzählt, er würde gerade damit telefonieren. Und die Menschen haben wirklich im Krankenhaus angerufen, weil sie dachten, er wäre geistesgestört. Aber das war für mich so witzig, weil es so krass zeigt, wie begrenzt unsere Gesellschaft ist. Wie viele Menschen in Begrenzungen leben. Und dass wir nur, weil die Mehrheit der Menschen in Begrenzungen lebt, total oft an das glauben, was sie sagen. Aber die Welt ist grenzenlos. Die Welt ist voller Ressourcen, voller Möglichkeiten, voller Chancen. Und nur weil 90% der Menschen diese Chancen nicht nutzen, heißt es doch nicht, dass du dies auch tun musst. Und wenn Menschen dann irgendwann im Krankenhaus anrufen und dich einweisen wollen, weil du geistesgestört bist, weil du deine Träume lebst, dann ist es halt so. Aber am Ende haben ihn alle bewundert. Aber am Tag 1 haben wirklich alle gedacht, er wäre geistesgestört. Deswegen ist das auch immer sowas für mich, wenn ich wirklich an meinen Träumen zweifle, dann setze ich mich immer in mein Zimmer manchmal und dann gucke ich mich um und dann sage ich, Michi, es hat mal dieses Haus nicht existiert, in dem du wohnst. Es hat mal dieser Tisch nicht existiert, es hat mal dieses Buch nicht existiert, es hat mal dieser Computer nicht existiert. Und dann erinnere ich mich an Menschen wie Steve Jobs oder an Menschen, die das Papier entdeckt haben, an Menschen, die Schrift entdeckt haben, an Menschen, die Schrift weitergegeben haben. Und denke mir, stell dir mal vor, diese Menschen hätten einfach nur gedacht, ja, das, was ich will, das wird eh nicht wahr. Dann würden wir heute noch in der Höhle sitzen. Vielleicht hätten wir das Feuer entdeckt, mit ein bisschen Glück. Aber viele hätten bestimmt auch nicht dran gedacht. Und dann denke ich mir immer, wie unfair ist es eigentlich, wenn ich nicht für meine Träume losgehe, wenn ich mich nicht auf meinen Hintern setze, meine Sachen zu manifestieren, mein Potenzial zu entfalten, meine Grenzen zu sprengen und wirklich loszugehen, dann gebe ich anderen Menschen überhaupt nicht die Chance, darauf aufzubauen. Denn alle unsere Träume bauen auf Träume auf. Und auf deinen Träumen wird jemand anderes seine Träume aufbauen. Und das ist dann wieder so ein Gefühl wie, es ist meine vollste Verantwortung, meine Träume zu leben, zu lernen, zu manifestieren. In dieses Gefühl zu kommen, mutige Entscheidungen zu treffen und trotz Angst loszugehen. Warum? Weil es egoistisch ist. Weil es wird irgendwann, vielleicht in 10, in 15, vielleicht schon in einem Jahr von heute und vielleicht auch erst in 100 Jahren, einen Menschen geben, der meinen Traum braucht, meinen wahr gewordenen Traum, um seine Träume darauf aufbauen zu können. Und dann manifestiere ich und dann verbinde ich mich mit diesen Menschen. Und ich verbinde mich mit allen Menschen, die wirklich dafür gesorgt haben, dass meine Träume heute wahr werden können. Und dann bin ich immer in so einer Energie, wo ich denke, okay, egal wie groß die Angst. Ich bin in der Verantwortung für diese Menschen, die auch ihre Träume leben wollen. Und ich bin ein Türöffner für all jene, die auf meinen Träumen ihre Träume aufbauen. Und das gibt mir einfach dann wirklich auch die Energie, trotz Angst loszugehen. Weil ganz ehrlich, jeder hat Angst. Jeder Mensch von uns hat Angst. Aber es liegt an dir, deine eigenen Ausreden zu glauben oder deinem Herzen. Und ich kann dir versprechen, dass dein Herz sehr, sehr clever ist. Das so als Power-Talk dazu. Und ich werde gleich auf jeden Fall noch Fragen beantworten. Wollte jetzt aber auf jeden Fall so Meditationstipps und Tools mit dir teilen, die mir beim Manifestieren sehr, sehr helfen. Und ich habe ja schon gesagt, ein ganz, ganz großes Tool für mich ist Meditation. Und es gibt für mich verschiedene Meditationen, die mir sehr, sehr beim Visualisieren helfen und beim Manifestieren. Eine Meditation ist tatsächlich so eine Technik, da verbinde ich mich mit meinem zukünftigen Ich. Das heißt, ich gehe wirklich in mein Ich in fünf Jahren von heute und frage sie, wie sie all das gemacht hat, wenn all meine Träume wahr werden. Und das ist für mich so immer eins, wo ich so merke, okay, es gibt diese Version von mir. Ich habe eigentlich alles Wissen in mir. Ich weiß eigentlich ganz genau, welche Entscheidung ich treffen muss. Nichtwissen ist häufig auch eine Ausrede. Ich traue mich einfach nur nicht, auf dieses Wissen zuzugreifen. Und dann zwinkert mir mein zukünftiges Ich immer so ein bisschen zu, wenn ich mich selbst blockiere und sage so, Michi, du weißt eigentlich, dass alles in dir ist. Und du sitzt gerade hier wieder nur in der Meditation vor mir, um Bestätigung zu bekommen. Bestätigung, dass du wirklich deinem Herzen folgen kannst. Und das ist immer das, was ich so mit meinem zukünftigen Ich mache. Eine andere ganz kraftvolle Meditation ist halt, wie ich schon gesagt habe, da muss ich auch immer schlimm bein. Diese Meditation, dass ich einmal in der Meditation eine Zeitreise mache zu all den Menschen, auf deren Träumen meine Träume aufbauen. Das heißt, dass ich mich zurückmeditiere zu den Menschen, die zum Beispiel das Papier erfunden haben. Dass ich mich zurückmeditiere zu den Menschen, die das Flugzeug erfunden haben. Dass ich mich zurückmeditiere zu den Menschen, die Stationen gegründet haben. Und diesen Menschen begegne in Situationen, wo sie in der Entscheidung stehen, ob sie das wirklich machen wollen, ob sie wirklich Papier erfinden wollen. Ob sie wirklich das Flugzeug ausprobieren wollen, wirklich zu fliegen. Ob sie wirklich diese Station gründen wollen. Und ich meditiere mich dann immer zurück in diese Momente. Und bedanke mich bei, also spreche diesen Menschen Mut zu. Und bedanke mich dann immer bei diesen Menschen, dass sie das machen werden. Dass sie das tun werden. Und dass sie ihre Träume leben, damit ich meine Träume leben kann. Das ist immer richtig hardcore emotional für mich. Und wenn ich das gemacht habe, dann gehe ich in meiner Meditation immer wie durch so eine Tür. In 15 oder 100 Jahren von heute. Und dann meditiere ich immer, dass ich Menschen und auch Tieren begegne, die nur durch mich ihre Träume, ihre Freiheit leben konnten. Und dann begegne ich manchmal Primatentruppen, die in Freiheit leben. Und tu so, als könnte ich mit denen sprechen. Und höre, wie sie sich bedanken. Oder ich sehe Menschen in 50 Jahren von heute, die ihre eigenen Tierschutzorganisationen gegründet haben. Menschen, die für Wale, für Delfine losgehen, für ihre innere Freiheit losgehen, für ein größeres Bewusstsein losgehen. Und wie sie sich bei mir bedanken, dass ich die Entscheidung für diesen Traum getroffen habe. Das heißt, das sind so für mich zwei sehr, sehr kraftvolle Meditationen, die mich immer sehr, sehr tief berühren. Weil es mir einfach nur zeigt, wie abhängig wir auch voneinander sind. Und dass wir immer denken, unserem Herzen zu folgen, wäre so egoistisch, weil wir Menschen enttäuschen. Aber viel egoistischer ist es, seine Träume nicht zu leben, weil du damit auch anderen Menschen, diese Menschen kennst du vielleicht noch gar nicht, aber anderen Menschen verwehrst, ihre Träume zu leben. Das ist ein ganz kraftvolles Tool. Meditation in diesen zwei Arten und Weisen. Ein anderes sehr, sehr kraftvolles Tool ist meine Vision Door. Die kennen auch ganz, ganz viele schon, die hier dabei sind. Und zwar habe ich eine Tür bei mir zu Hause. Und auf dieser Tür kleben alle Bilder meiner Zukunft und auch die Gefühle meiner Zukunft. Das heißt, es sind wirklich die Gefühle, die ich mir wünsche, die ich in Zukunft fühlen möchte. Da klebt auch eine Frau, die tanzt. Da klebt auch für mich manchmal eine Frau, die einfach nur verrückt ist. Da klebt für mich irgendwie jemand, der Freude und Liebe ausstrahlt. Jemand, der Leichtigkeit ausstrahlt. Das heißt, meine Vision Door, die ist ganz riesig. Und da kleben ganz, ganz viele Gefühle, wahre Träume aber auch. Und Dinge, die für mich einfach ganz, ganz wichtig sind, die ich im Leben erreichen möchte. Und da kleben auch die kleinsten Träume. Zum Beispiel ist ein so ganz, ganz großer Traum von mir, ein total bescheuertes Traum aber auch irgendwo, dass ich mal eine Seekuh beim Tauchen sehe. Deswegen klebt ein ganz, ganz großes Foto von einer Seekuh bei mir an der Tür. Weil das ist immer so etwas, was mich daran erinnert. Es gibt große und kleine Träume, die ich leben möchte. Und ich sollte sowohl den großen als auch den kleinen Träumen Raum geben. Und diese Vision Door kannst du wirklich mit allen Bildern gestalten, die dich inspirieren. Mit Bildern, die für dich für Träume stehen. Aber auch mit wirklich ganz, ganz handfesten Dingen, die du erreichen möchtest. Und so habe ich das komplett gemacht. Sodass ich jedes Mal, wenn ich die anschaue, ein cooles Gefühl kriege. Und ganz, ganz oft tanze ich auch einfach vor dieser Tür. Und im Tanzen berühre ich dann die Bilder und merke wirklich, wie dieses Gefühl, dieses Bild in mich reinfließt. Hast du Tipps zu manifestieren mit dem Journal? Ich manifestiere auch über das Schreiben tatsächlich. Da ist es für mich manchmal eher so, dass ich mir Briefe schreibe. Das ist vielleicht auch noch ganz cool. Ich schreibe tatsächlich auch manchmal, wenn ich das Gefühl habe, so richtig lost zu sein. Das ist vielleicht total bescheuert. Aber ich bin Brieffreundin mit mir selbst. Und dann schreibe ich alles runter, was mir auf dem Herzen liegt. Also ich halbe einen Brief mit all meinen Fragen an mein zukünftiges Ich. Dann gehe ich in die Meditation. Und dann schreibe ich danach einen Brief von meinem zukünftigen Ich an mich zurück. Ich journal tatsächlich sehr kreativ. Also ich stelle mir zwar täglich so Fragen, um mich auszurichten morgens, um Bewusstsein in den Tag zu starten. Aber wenn ich journal, antworte ich ganz, ganz viel mit... Entweder arbeite ich ganz, ganz viel mit Briefe schreiben. Das heißt, ich schreibe einen Brief an mein zukünftiges Ich mit all meinen Ängsten, Fragen und Dingen, die mir auf dem Herzen brennen. Und mein zukünftiges Ich antwortet mir dann mit all den Tipps, die es für mich hat. Das ist für mich immer ganz, ganz schön, weil das immer auch zeigt, alle Antworten liegen eigentlich in uns. Das heißt, das ist so mein Schreibtipp. Es gibt aber auch so eine ganz, ganz coole Sache, die heißt Hellenreise. Da kann man so seine eigene Lebensgeschichte als Hellenreise schreiben. Auch das ist wirklich ein ganz, ganz tolles Tool, wenn du eher kreativ angehaucht bist. Und ansonsten manifestiere ich auch einfach mit bescheuerten Dingen im Alltag. Bedeutet einfach, dass... Manchmal sehe ich in Meditationen, dass ich so ganz bestimmte Kleidung trage, die ich heute noch gar nicht habe. Und das Witzige ist, dass ich dann mal über diese Kleidung gestolpert bin, eins zu eins, so wie sie gefühlt in meiner Meditation aussah. Oder sie hat mich sehr daran erinnert. Und da habe ich mir einfach dieses Kleid bestellt, weil ich so für mich, für diesen Traum gestanden habe. Weil jetzt, wo ich manifestiere, dass mein Buch ein Spiegelbestseller wird, ist es so, dass ich damals in den Buchladen gegangen bin, wie ich eben schon gesagt habe, mir ein Spiegelbestseller-Aufkleber von einem anderen Buch gemopst habe. Der Autor wird es mir verzeihen. Die Autorin, das war ein Autor. Der Autor wird es mir verzeihen. Und einfach nach Hause gegangen bin und diesen Aufkleber auf mein Buch geklebt habe. Das heißt, ich mache auch ganz, ganz praktische Dinge, um zu manifestieren. Und das sind auch so wirklich meine besten Tools und Tipps. Schau, wie du am stärksten ins Gefühl kommst. Und dann ist wirklich das das Wichtigste für mich, um aus diesem Gefühl heraus auch die richtigen Entscheidungen zu treffen. Wie antwortet dein eigenes Ich auf die Briefe in Schriftform oder Gedanken in Schriftform tatsächlich? Also ich schreibe einen Brief runter, wirklich mit all meinen Fragen. Ich gebe meinen Ängsten Raum. Ich gebe meinen Zweifeln Raum. Ich gebe dem, was mich begrenzt, Raum. Ich gebe allem Raum in diesem Brief an mich, allen Gefühlen und Emotionen. Und dann gehe ich mit diesen Fragen, mit diesem Rausschreiben in eine Meditation, verbinde mich mit meinem zukünftigen Ich und spüre dann wirklich rein in dieses Gefühl, was ich mitbringe, in die Angst, die ich auch manchmal mitbringe, in diese Zweifel, die ich auch manchmal mitbringe, in die Fragen, die ich dabei habe und stelle sie meinem zukünftigen Ich. Und dann kommt immer ganz, ganz viel Vertrauen, ganz, ganz viel Liebe und ganz, ganz viel Weisheit zurück. Und aus diesem Gefühl heraus schreibe ich einen Brief an mich zurück. Und dann lese ich mir diesen Brief halt auch immer sehr, sehr vor. Und das ist für mich immer sehr, 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 sehr krass, um ehrlich zu sein, weil ich dann halt, wie gesagt, merke, alle Antworten liegen in mir. Alles, was ich wissen muss, alles, was ich wissen will, alles, was ich wissen darf, ist wirklich etwas, was in mir liegt. Und das ist wirklich so für mich ein ganz, ganz emotionaler Prozess jedes Mal, weil ich lerne sehr, sehr viel mit mir zu arbeiten und mich an mir zu orientieren. Monique schreibt, mir fällt es schwer, in genau das Gefühl zu kommen. Ich habe mal so eine Frage an dich. Und zwar, wenn du die Musik bei dir zu Hause anmachen würdest, die geilste Musik überhaupt, auf die man total gut abtanzen kann, könntest du loslassen und mit geschlossenen Augen einfach tanzen, als würde dich niemand beobachten? Oder könntest du, wenn du ganz alleine im Wald bist, aus vollem Hals heraus schreien, weil du weißt, dass niemand da ist? Und wenn du auf diese beiden Antworten fragen, nicht mit Ja antwortest, wenn du weißt, boah, wenn ich jetzt im Wald alleine stände und ich müsste laut schreien, ich könnte das nicht, ich könnte nicht alle meine Emotionen und Gefühle fließen lassen. Und wenn du weißt, es läuft die geilste Musik, auf die man so schön tanzen kann und ich kann mich trotzdem nicht frei aus dem Herzen bewegen, dann weißt du, dass du deine Gefühle etwas blockierst. Und dann würde ich trotzdem anfangen, mit genau diesen verrückten Dingen immer mehr auszureizen, Gefühle fließen zu lassen, Emotionen fließen zu lassen, weil du hast vielleicht gar nicht Angst davor, was andere darüber denken, wenn du fühlst, sondern hast viel mehr die Scham davor, all deine Gefühle für dich selbst auszuleben. Und das hatte ich früher auch ganz stark, dass ich nicht schreien konnte. Also wenn ich so alleine im Wald war oder unter Wasser, also falls du auch Angst vor diesem Laut hast, kannst du ja auch erst mal unter Wasser richtig rausschreien. Oder dass ich nicht tanzen konnte, wenn ich alleine war und die Musik angemacht habe, weil ich mir so dachte, nee, das kann ich nicht. Ich habe mich vor mir selbst geschämt. Ich hatte Scham vor mir selbst, meine eigenen Gefühle, meine eigenen Emotionen, mein eigenes Ich rauszulassen. Und das ist auch ganz, ganz häufig bei Menschen, die nicht ins Fühlen kommen. Sie haben Scham für ihre eigenen emotionalen Art. Und deswegen würde ich genau das üben. Genau das, was du eigentlich nicht kannst. Und Step for Step und mehr und mehr. Mit jeder Meditation ein kleines Stück mehr. Mit jedem Mal im Wald rausschreien ein kleines Stück mehr. Mit jedem Mal morgens tanzen ein kleines Stück mehr. Mehr und mehr in dieses Gefühl kommen und dieses Scham vom Fühlen loslassen. Wir alle sind uns so darauf konditioniert, unsere Gefühle zu verstecken. Und deswegen fällt es so vielen Menschen auch schwer, ins Gefühl zu kommen. Und das sind für mich wirklich so die zwei besten Fragen, um zu schauen, ob man wirklich sich erlaubt zu fühlen. Erlaubst du dir deine Gefühle fließen zu lassen? Ich schreie manchmal auf der Autobahn. Geil. Sehr, sehr cool. Ich schaue mal eure Fragen. Kannst du Meditation zum Visualisieren empfehlen? Wie visualisierst du? Ich glaube, das habe ich auch ziemlich genau beantwortet mit den zwei Meditationstechniken. Und ich werde das live auch abspeichern, sodass alle, die ein bisschen später reingekommen sind, sich das nochmal anschauen können. Und die zweite Frage ist, wie schaffe ich es wirklich, an die Erfüllung meiner Träume zu glauben? Wirklich, wirklich, wirklich. Indem du immer wieder die Erfahrung machst, dass es wahr wird. Und vor allem, indem du losgehst. Das heißt, einmal, indem du dich gedanklich und in deinem Unterbewusstsein programmierst, aber indem du auch anfängst, Erfahrung zu machen. Und das ist das, was ich meine, mit Entscheidungen zu treffen und loszugehen. Dass du ein Selbstvertrauen entwickelst, dass du es wirklich kannst. Weil in der Meditation kommt dieses Gefühl. Und wir alle kennen das. Wir können uns vielleicht in diesem schönsten Zustand meditieren. Aber dieses Gefühl in der Realität zu behalten, hängt davon ab, ob du Selbstverantwortung übernimmst und wirklich für die Dinge losgehst. Und dieser Glauben kommt nicht, bevor du losgehst, sondern erst, indem du losgegangen bist. Ich habe nicht Mut entwickelt, indem ich daheim saß und die ganze Zeit dachte, ich möchte jetzt mutig sein. Ich habe mir das tatsächlich immer visualisiert, wie cool es wäre, mal nach Südafrika zu fliegen und mit wilden Tieren zu arbeiten. Aber der Mut kam, die Bereitschaft kam in dem Moment, als ich losgegangen bin. Ich habe mich dann bereit gefühlt, als ich es gemacht hatte. Und ich habe dann wirklich zu einer Million Prozent angefangen daran zu glauben, als ich Step für Step losgegangen bin. Weil dann habe ich gemerkt, im Losgehen kommt Energie, im Losgehen lässt du fließen, im Losgehen gibst du den Gefühlen Raum. Und das würde ich dir wirklich empfehlen. Meditier dich in das Gefühl rein, aber sei gütig mit dir, wenn du Zweifel hast. Das haben wir alle mal. Und wirklich an seine Träume zu glauben, heißt nicht, nie daran zu zweifeln. Es muss nicht schwarz oder weiß sein. Es kann grau sein. Meins ist auch grau. Manchmal zweifle ich auch dran. Manchmal bin ich auch ungeduldig. Und manchmal, obwohl irgendwie so viel Verrücktes wahr wird, denke ich mir auch, oh Gott, ob dieser Traum wirklich wahr werden kann. Ich finde, wir sollten eine sehr, sehr viel größere Frustrationstoleranz entwickeln und uns mehr daran orientieren, was Veränderung ist, anstatt was Perfektionismus ist. Denn wir alle denken immer, meditieren, manifestieren, visualisieren, Veränderung sei Perfektionismus. Aber Perfektionismus ist das, was uns am allermeisten behindert, um uns wahrhaftig zu verändern. Das heißt, habe nicht den Anspruch, wirklich zu 100% an dich zu glauben. Sagen, gib dich doch mal zufrieden, wenn du 80% an dich glaubst. Und wenn da 20% Zweifel ist, ist es vollkommen in Ordnung, weil unsere Zweifel und unsere Angst genauso eine wichtige Rolle haben, wie unser Glaube an uns selbst. Weil Zweifel und Angst uns auch immer wieder zeigen, wo wir noch mehr wachsen dürfen, wo wir noch mehr lernen dürfen. Deswegen glaube wirklich zu 80% an dich. Sei davon überzeugt und sag auch, es ist in Ordnung, Angst zu haben. Aber du kannst trotzdem losgehen. Das ist so das, was ich dir empfehlen würde, weil ich auch immer wieder Zweifler habe. Also ganz ehrlich, das war im Februar, bevor das Buch rauskam, es war so viel Chaos im Hintergrund. Es war so viel verrückt. Ich hatte wirklich das Gefühl, um Gottes Willen, ob das alles klappt, ob das alles gut wird und ob es alles richtig war. Es kommen immer wieder Zweifel in stressigen Momenten und Situationen und am Ende wird alles gut. Aber ich mache diese Erfahrung, dass alles gut wird ja auch nur, weil ich immer wieder in die Verantwortung gehe und Entscheidungen treffe aus einem State of Mind heraus, der schon im Vertrauen ist. Genau das fällt mir schwer, meine komforte Zone zu verlassen und loszugehen, mich zu trauen, mich beschränken da viele Ängste. Ich habe schon mal live zum Thema Ängste gehalten und wir alle denken immer, dass Ängste etwas ist, was gegen uns ist und vielleicht hilft dir so ein bisschen die Perspektive darauf, dass du nur Angst um etwas hast, was du liebst. Du hast nur krasse Angst um Menschen, die du wirklich liebst. Bedeutet, dass deine Art und Weise, dich zu begrenzen, vielleicht auch eine Art und Weise gelernt ist, wie du gelernt hast, dich zu lieben, dich selbst zu schützen. und vielleicht kannst du in einen ganz, ganz liebevollen Austausch mit dir gehen, gerade weil du dich so sehr liebst, zu sagen, ich habe diese Erfahrung gemacht und ich bin dieser Angst, die für Selbstliebe auch steht, so dankbar, dass sie mich so lange beschützt hat. Aber ich bin jetzt bereit, neue Erfahrungen zu machen und dann Step-for-Step kleine Dinge zu machen. Du musst nicht mit dem größten Punkt auf der Bucketliste anfangen. Was sind die kleinen Dinge, die dir Angst machen? Ganz ehrlich, die kleinen Dinge, die mir Angst machen waren, früher live zu gehen, hat mich voll unter Stress gesetzt. Jedes Mal, bevor ich live gegangen bin, musste ich eine Runde um den Block gehen, habe Schweißausbrüche bekommen. Ich habe jedes Mal ganz am Anfang bei den Lives geschwitzt, wie so ein Esel in der Sauna, weil es mich unruhig gemacht hat, weil es mich nervös gemacht hat, weil es mir Angst gemacht hat, weil ich dachte, was ist, wenn ich stotterwache? Ich dachte, was ist, wenn es jemandem nicht gefällt? Weil ich dachte, was ist, wenn ich nicht die richtigen Worte finde oder niemand zuschaut? Step-for-Step und dann irgendwann bist du bereit, in Interviews zu gehen oder ich war bereit, in Interviews zu gehen. Dann irgendwann war ich bereit, auf Bühnen zu sprechen. Dann irgendwann war ich bereit, irgendwelchen verrückten Dingen zuzusagen, den ich heute, den ich vor einem Jahr niemals zugesagt hatte, weil ich zu viel Angst davor gehabt hätte, weil ich dann gedacht hätte, und was ist, wenn ich mich genau da verspreche und genau da alles nicht glaubt? Und heute weiß ich irgendwie, dass es funktioniert. und fang klein an mit den allerkleinsten Dingen. Was sind die kleinsten Dinge, die dir Angst machen? Die letzten kleinsten Dinge. Und dann nimmst du deine Hand Step-for-Step an die Hand und gehst los. Und ganz ehrlich, du kannst deine Angst auch nie zeigen, Esel in der Sauna. Du kannst deine Angst auch nie zeigen, dass sie dir vertrauen kann. Du kannst deine Angst nie zeigen, dass sie dich auf eine andere Art und Weise lieben kann, wenn du sie immer nur in den alten Erfahrungen bestärkst. Und das ist auch was, was ich hatte. Ich habe mich immer in meinen alten Angsterfahrungen bestärkt und konnte deswegen nie die Erfahrung machen, wirklich selbst lieber als das zuzulassen, was es auch sein kann. Und deswegen Step-for-Step Angst als etwas anzuerkennen, was du nur hast, weil du dir wichtig bist und dann mit der Angst zu arbeiten und zu sagen, ich gehe trotzdem los. Und sich selbst immer wieder zu sagen, ich kann nicht losgehen, weil ich so viel Angst habe, ist auch eine Art, dich zu begrenzen. Achte auf deine Sprache, fang an, Neues mit dir zu sprechen und zu sagen, ich kann auch losgehen, ich kann losgehen, auch wenn ich Angst habe. Schifte da auch deinen Sprachgebrauch, schifte da deine Sätze, schifte die Art und Weise, wie du mit dir sprichst. Denn auch deine Sprache manifestiert deine Angst und deine negativen Glaubenssätze. Und deswegen schreib jetzt in die Kommentare. Michi-Move, ich kann trotz meiner Angst losgehen. Und dann lernst du das einmal geschrieben zu haben und dann schreibst du meinetwegen 50 Mal auf. Gib dir schon mal ein neues Gefühl und sprech mal laut diese beiden Sätze aus. Ich kann trotz meiner Angst losgehen oder ich kann nicht losgehen, weil ich Angst habe. Wie fühlt sich jeder Satz an? Und dann ganz bewusst auf die Sprache zu achten, auch wenn man am Anfang noch das Gefühl hat, es fühlt sich komisch an. Dieses komisch ist ein neues Gefühl und zwar ein Gefühl davon für dich selbst einzustehen. So, was kam noch? Meine Herausforderung ist, dass ich meine Entscheidung immer wieder hinterfrage, sobald ich sie getroffen habe. Dann fühle ich mich jeweils so verloren. Ich finde, es ist eine ganz, ganz große Illusion zu sagen, dass sobald man seinem Herzen folgt, das alles leicht wird. Wir denken immer und ich finde, das ist auch in der Persönlichkeitsentwicklungsszene so ein bisschen so ein Trend, dass sobald du deinem Herzen folgst, ist alles easy peasy und alles falls into place und auf einmal ist dann alles gut und es läuft auch nur noch sehr gut und es läuft auch alles leicht. Die krassesten Entscheidungen meines Lebens, die wird für mich am wichtigsten waren oder einige dieser Entscheidungen haben sich danach richtig kacke angefühlt. Richtig kacke. Und ich musste auch dadurch, ich musste durch diese Unsicherheit durch. Ich musste erst mal fühlen, wie viel Unsicherheit auch noch mal hinter diesem Herzen steckt, um überhaupt ins Vertrauen zu kommen. Denn zum Beispiel bei meinem Buch war das so, dass ich ja eigentlich ein total cooles Angebot von einem anderen Verlag hatte. Es war so ein tolles Angebot. Und die wollten aber etwas, dass ich an meiner Geschichte etwas drehe, was für mich nicht gestimmt hat. Und mein Herz hat gesagt, lehne diesen Verlag ab. Und mein Kopf hat gesagt, bist du bescheuert? Du hast 20 Verlagsabsagen bekommen und jetzt will dich einer verlegen und ja, jetzt willst du den nicht oder was? Also genau so hat man in dem Kopf das auch zu mir gesagt. Nicht netter, sondern genau so arschig. Und trotzdem habe ich mich dafür entschieden, meinem Herzen zu folgen, dieses Angebot abzulehnen. Und weißt du, was ich danach gemacht habe? Zwei Tage nur geheult. Nur geheult. Ich habe in meinem Bett gelegen und gedacht, ich habe den größten Fehler meines Lebens gemacht und ein Weltuntergang ist passiert und nie wird mein Buch verlegt werden und ich habe die größte Chance meines Lebens sausen lassen und und, 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 und. Ich habe es total hinterfragt. Und ich bin trotzdem dabei geblieben. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, irgendwann eine Gratlinigkeit zu haben. Und wenn du weißt, das ist das, was mein Herz machen würde, das ist das, was mein zukünftig ich machen würde. Und auch wenn da Unsicherheit ist, gehe ich damit, weil Unsicherheit, Schmerz, Leid, Angst, Trauer, Hindernisse, Probleme, All das gehört zum Leben und das Leben ist nun mal so. All das gehört auch zu deinem Herzensweg. Und du kannst ja nur in Sicherheit kommen, wenn du nicht dauernd von A nach B springst. Das heißt, lerne auch mal diese Sicherheit, diese Unsicherheit auszuhalten. Dieses sich schlecht fühlen auszuhalten, dieses sich ungut fühlen auszuhalten, wenn man seinem Herzen gefolgt ist. Ich hatte in so vielen Momenten Angst und Panik und dachte, das war's. Das war's. Jetzt hast du es vollkommen verkackt. Und das waren häufig die Momente, wo alles doch viel, viel besser wurde. Und auch, was noch schön ist, was ist das Schlimmste, was passieren könnte, ist auch eine tolle Frage. Und sich dann aber auch zu fragen, was ist das Beste, was passieren könnte. Man ruht sich auch gerne auf der Angst auf. Ja, natürlich ist es bequem. Hallo Michi, kannst du vielleicht mal noch genauer erzählen, wie die Schritte waren, um eine Tierschutzorganisation zu gründen? Es gibt in meinem Podcast Affenzirkel, ich weiß nicht, ob du den kennst, total gute Podcast-Folgen dazu. Da gibt es einmal eine Podcast-Folge, wirklich, wie ich das finanziert habe. Es gibt eine Podcast-Folge zwischen Tierschutzorganisationen und Verein. Und es gibt eine Podcast-Folge zu meinem Weg. Also wirklich, wie bin ich meinen Weg gegangen? Ich glaube, das sind so die drei wichtigsten Podcast-Folgen, die ich dir da empfehlen könnte. Das heißt, hör da mal einen Affenzirkus rein. Oder auch für alle anderen, die sich für den Weg und die Erfahrung interessieren. Da gibt es mittlerweile wirklich über 100 Folgen, wo du einfach reinschauen kannst, was ist für dich das, was wichtig und relevant ist? Und da ist wirklich, ja, die Frage zu, wie habe ich das finanziert? Was sind wirklich Unterschiede? Wie kann man losgehen? Und wie war mein Weg allgemein die besten Folgen? Ich bin mutig und gehe los. Ich kann trotz meiner Angst losgehen. Ich kann trotz meiner Angst losgehen. Ich kann trotz meiner Angst losgehen. Ach, wie geil. Ich habe morgen mein erstes Live über YouTube. Und da ist auch etwas Angst, weil es komplett Neues ist. Das schaffst du. Ich kann trotz meiner Angst losgehen. So geil. Und es fühlt sich doch richtig gut an. So schön, dass ihr das alle auch in den Chat geschrieben habt. Und jetzt mal ehrlich, wie gut fühlt es sich an? Das auch mal zu sagen. Und vielleicht ist es erst mal ungewohnt, aber Mut fühlt sich am Anfang ungewohnt an. Ja. Heute kam dein Buch an. Ich bin gespannt. So viele schöne Kommentare. Das freut mich so. Sehr, 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 sehr cool. Ich gucke auch mal in den Fragensticker. Und ja, hoffe aber, dass euch das Live an der Stelle schon sehr geholfen hat. Dass euch die Tipps geholfen haben. Dass euch die Inspirationen zur Meditation geholfen haben. Und die Frage kam auch noch rein. Meditierst du angeleitet oder alleine? Ich meditiere, meditiere, meditiere zu 90, zu 80 Prozent selbst. Also mit meinen eigenen Bildern. Da kommen auch eben solche Meditationen, wie auch die mit den Menschen zu verbinden, auf denen meine Träume aufbauen und die, die ihre Träume auf mir aufbauen, dazu. Und 20 Prozent ist manchmal Meditation nicht mehr. Ganz bewusst aussuche. Wie komme ich vom Visualisieren ins Umsetzen? Indem du dich entscheidest. Das ist wirklich, entscheide dich, es zu tun. Entscheide dich einfach. Also es gibt auch, glaube ich, ein ganz, ganz tolles, ja, es gibt schon ein Keep Yourself White zum Thema Entscheidungen treffen, kraftvolle Entscheidungen treffen. Und das würde ich dir einfach empfehlen. Es ist einfach nur eine Entscheidung. Und auch wenn du denkst, dass du keine Entscheidung triffst, entscheidest du dich jedes Mal dazu, es nicht zu tun. Keine Entscheidung ist eine Entscheidung gegen deine Träume. Das heißt, fange an, bewusste Entscheidungen zu treffen. Sehr, sehr cool. Voll schön. Voll schön auch, dass ihr alle in die Kommentare geschrieben habt. Das hat mich selbst voll happy gemacht, das so oft zu lesen. Und ihr könnt euch ja auch die Kommentare einmal durchlesen. Ja, und das Ganze auf euch wirken lassen. Jemand fragt, sind bei deinem Kurs auch Meditationen dabei, mit den Menschen verbunden? Finde ich so magisch. Also ob es diese Meditationen gibt. Es gibt ja ein, es gab ja für alle Vorbestellerinnen, einen kostenfreien Online-Kurs zu meinem Buch. Da ist diese Meditation nicht dabei. Es wird aber im Sommer ein ganz, 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 ganz tolles Projekt von mir geben. Und da wird diese Meditation unter anderem auch dabei sein. Und falls du bei diesem Projekt dabei sein magst, kannst du einmal auf meine Homepage jetzt gehen oder ich packe dir einmal den Link in die Story. Kannst du einmal dich da auf eine Warteliste setzen lassen und ab Sommer wirklich mit mir gemeinsam losgehen. Die eigenen Ketten, die eigenen Begrenzungen zu sprengen, das alles zu sprengen, was dich auffällt, um wirklich das Leben zu leben, von dem du träumst. Und wirklich in eine innere und äußere Freiheit zu kommen, dich auszuwildern. Weil das ist so mein Herzenswunsch. Ich sehe einfach, wie viel wirklich Potenzial in Tieren steckt, die gebrochen sind, die sich begrenzen, die wir aufpäppeln und jahrelang auswildern. Und genau das Gleiche wünsche ich mir einfach für viel, viel mehr Menschen. Welche Meditation? Es war die Rede von der Meditation, wo man sich einmal mit all den Menschen verbindet, auf deren Träume deine eigenen Träume aufbauen. Das heißt, wenn es zum Beispiel ein Traum ist, ein Buch zu schreiben, dass du dich mit den Menschen verbindest, die den Buchdruck erfunden haben und dich so in die Situation zurückversetzt, als sie da saßen und dachten, ob sie das wirklich tun sollen und was andere über sie denken, im stillen Kämmerlein damals noch, dass du zu diesen Menschen gehst und dich von heute dafür bedankst, dass sie mutig genug waren, es umzusetzen. Und dass du dann einfach wirklich auch zu Menschen gehst, in 50 Jahren, in 10 Jahren, in 5 Jahren von heute und mit Menschen sprichst, die dich dann daran bestärken, deine Träume heute zu leben, weil sie nur ihre Träume leben können, weil du deine Träume erlebst. Und das ist wirklich das. Wir alle könnten überhaupt nicht darüber reden, was Träume wären. Wir könnten uns gar nicht hier verbinden, wenn manche Menschen nicht ihre Träume gelebt hätten. Es gäbe kein Live über Instagram, wenn es kein Instagram gäbe. Es gäbe kein Live über Instagram, übers Handy, wenn ihr kein Handy hättet. Es gäbe all das nicht, wenn niemand Internet und Wellen entdeckt und erfunden hätte. Es gäbe all das nicht, wenn wir nicht Sprache erfunden hätten. Es gäbe so viel nicht. Und macht dir wirklich bewusst, dass das wirklich so fies es klingt, dass es unterlassene Hilfeleistung ist und egoistisch ist, deine Träume nicht zu leben. Weil es Menschen morgen übermorgen in fünf oder in zehn Jahren der Chance beraubt, ihre Träume zu leben. Deswegen, ich weiß, dass du Angst hast. Ich weiß, dass du Angst vor der Abwertung hast und Angst davor zu versagen und Angst davor, es nicht zu schaffen. Aber es ist nicht fair, anderen Menschen, dich selbst, Menschen, die von deinen Träumen profitieren, diesen Menschen nicht die Chance zu geben, dich in deiner Wahrhaftigkeit kennenzulernen, weil du Angst hast. Es ist nicht fair. Öffne dein Herz trotz Angst. Reich deinem Partner die Hand trotz Angst. Gehe los trotz Angst. Denn nur so können wir uns verbinden. Und unsere Gesellschaft ist mittlerweile eine Gesellschaft geprägt von Angst. Und wir sehen, wo es uns hinführt. Es führt uns in politische, in wirtschaftliche, in gesellschaftliche Konflikte, in Beziehungen, die wehtun. Warum? Weil wir alle aus Angst handeln. Weil wir alle eigentlich nur Liebe wollen. Und weil wir so Angst haben, nicht geliebt zu werden, verschließen wir alle unser Herz. Aber es beginnt mit ein paar Mutigen, die ihr Herz wieder öffnen. Öffnen, mit dem Bewusstsein, dass Schmerz zum Leben gehört. Und deswegen, ja, lass dich davon echt nicht aufhalten. Ehrlich nicht. Ich würde es mir so wünschen, aus tiefstem Herzen. Deswegen, setz dich gleich hin. Meditier einmal für dich, dich in dein zukünftiges Ich herein. Verbind dich gerne auch mit den Menschen, für die du einen Unterschied machen möchtest. Geh los und mach was draus. Weißt du, zu mir hat mal jemand gesagt, ein Lehrer, sei du selbst und das geradeaus, mach was draus. Und das ist das, was ich mir wirklich für dich wünsche. Sei du selbst, so wie du bist. In all deinen Facetten, in all deinen Farben, mit deinen Ängsten, mit deinen Macken, mit deinen Zweifeln und mit deiner Liebe und deinem grenzenlosen Potenzial und deiner Unbändigkeit und allem, was in dir steckt. Und mach was daraus. Für dich, für alle Menschen, die davon profitieren und einfach für die Welt. Denn die Welt wird zu einem besseren Ort, wenn mehr Menschen anfangen, aus Liebe zu handeln. Das heißt, verbind dich damit und das sind, glaube ich, wirklich die perfekten Schlussworte für dieses Live als kleiner Power Talk. Ich freue mich wirklich so sehr, wenn du mir vielleicht einmal in die Kommentare schreibst, was das ist, was das ist, ja, was das ist, was du dir wirklich wünschst und was du als nächstes manifestieren möchtest. Und es kam noch die Frage rein, woher ich die Idee hatte, mich mit diesen Menschen zu verbinden. Tatsächlich kommt es einfach aus dem Herzen. Ich setze mich ganz oft morgens auf meine Meditationsmatte, fühle mich rein, was ich brauche und dann kommen die krassesten Meditationen zu mir, die krassesten Reisen, die krassesten Traumreisen und Zeitreisen. Das heißt, ja, irgendwie ist dieses Wissen in uns, in uns allen, also auch in dir. Ich freue mich mega, wenn ihr mir eure verrückten Träume unten in den Chat schreibt und mir sagt, was ihr euch als nächstes manifestieren möchtet. Wenn ihr vielleicht auch sagt, was die eine Sache ist, die ihr aus diesem Live mitnehmt und die ihr sie wirklich mitnehmt, mit auf Herzensebene, aber auch mit auf Entscheidungsebene. Danke für die Inspiration, die du bist. So, so gerne. Ich kann trotz meiner Ängste losgehen. Ja, kannst du mir ein Dankbarkeitsbuch empfehlen? Ähm, tatsächlich nicht. Ich journal immer Blanco und, ähm, ja, es gibt aber ganz, ganz viele tolle Journals. Also, ich journal immer Blanco. Ähm, das heißt, das ist wirklich was, wo ich nicht so viel Expertise habe, aber ich würde es mal googeln, weil ich glaube, es gibt dazu ganz, ganz viele tolle Blogbeiträge. Ähm, mein Buch, ach, Kendra, das manifestiere ich mit dir, habe ich dir schon gesagt. Das wird auf jeden Fall wahr. Mama sein. Wow, so, 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 so schön. Eine Wohnung, in die mein Partner und ich nach einer fernen Beziehung zusammenziehen. Oh, voll süß. Ich manifestiere mit euch. Ein Pflegehund aufnehmen, trotz meiner Katzen. Ich möchte reisen, auswandern in die Dominikanische Republik. Am liebsten Tierschutz, wie du machen und Wildtiere oder ein Tierheim. Gerade da. Also, auch da gibt es bestimmt so viel Bedarf. Macht das auf jeden Fall. such dir eine Tierart raus, die dort ist. Es wird auf jeden Fall überall Tierschutz, mehr Tierschützerinnen gebraucht. Und ich drücke dir da wirklich die Däumen. Die Däumen. Die Daumen. Ich muss nicht zu 100% an mich glauben. 80% reichen. Auch einfach losgehen. Ja. Sehr, sehr cool. Eine Hilfsorganisation gründen und anderen Lebewesen das Leben verschönern. Wow. So, 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 so schön. Ich veröffentliche meine Buchreihe und inspiriere damit, tausende Menschen wieder groß zu träumen. Wow. Auf der Flow Summit sprechen. Ach, Sautoren durch die Welt reisen. Wow. Sau geil. Ohne Angst, vier Wochen alleine zu sein, nach Zimbabwe zu fliegen. Ach, das schaffst du. Sehr, 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 sehr schön. Danke fürs Teilen. Wirklich. Wir hatten noch nie so eine aktive Gruppe dabei. Das freut mich auch mega selbst, weil es halt einfach wirklich ja, etwas ist, wo ich mir immer auch ganz, ganz viel Energie von euch zurückkomme. Deswegen danke auch, dass ihr heute so aktiv dabei wart. So viel Liebe und so viel Mitgefühl und so viel Energie zurückgegeben hat. Ich freue mich schon auf nächste Woche. Falls ihr Themenwünsche habt, könnt ihr die natürlich immer gerne per Nachricht schicken. Dann könnt ihr einfach sagen, Michi, kannst du nächste Woche XY mit in die Abstimmung machen. Dann mache ich das auf jeden Fall mega, mega gerne. Und ansonsten wirklich nimm das für dich mit, was du heute gelernt hast. Glaub an dich, spreng deine Begrenzungen und ich werde im Anschluss hieran noch eine, die Warteliste zu meinem Herzensprojekt für den Sommer in die Story packen. Für alle, die dabei sein wollen, können sich dann einfach eintragen. Und das ist das, was ich wirklich, ja, heute sagen, mit dir teilen wollte. Ich wünsche dir einen wunder, wunder, wundervollen Abend. Fühl dich von Herzen gedrückt. Ganz, ganz viel Energie für deine Träume zu dir. Ganz, ganz viel Manifestationspower zu dir. Du bist ein Wunder und du kannst alles möglich machen. Und in dem Sinne, spreng deine Ketten, lass dich selbst frei und keep yourself wild, deine Michi. Mach's gut und wirklich bis nächste Woche. Ich freue mich auf dich. Tschüss. Tschüss.